Wir schauen uns heute Trackmania Stadium an, das vor wenigen Tagen erschienen ist und nach Trackmania Canyon, was im September 2011 erschienen ist, die zweite Episode von Trackmania 2 ist. Bei mir ist der Victor, der hat sich das Spiel angeschaut und wird uns jetzt mal ein paar Sätze darüber erzählen. Ja und zwar, wie ihr gerade schon seht, wir haben hier Trackmania Stadium. Das ist ein Arcade Rennspiel, würde ich sagen, mit ganz verrückten Strecken, umfangreichen Editor, ihr habt einen echt großen Singleplayer-Modus. Das Ganze wurde von Nadeo entwickelt, wird von Ubisoft vertrieben und wie der Matthias gerade schon sagte, die planen da mehrere Szenarien jetzt dafür und Stadium ist jetzt als letztes erschienen auf Steam. Genau, das ist die zweite Episode von Trackmania 2, nachdem im letzten Jahr eigentlich Trackmania Valley erscheinen sollte, was aber aus verschiedenen Gründen verschoben werden musste. Genau, da läuft gerade die Open Beta, das war dann das Szenario Wald und Autobahnfahrten und so weiter, während jetzt Stadium wirklich von, manche würden es wahrscheinlich kennen von Trackmania Nations Forever. Ich wollte gerade sagen, das erinnert sehr stark an Trackmania Nations, der Teil, der damals kostenlos erschienen ist. Genau, den habe ich damals auch ganz gerne gezockt und wie ihr auch gerade sehen könnt, ihr habt wirklich einen sehr großen Singleplayer mit insgesamt 65 Strecken. Da gibt es verschiedene Schwierigkeitsgrade, also wirklich die abgefahrensten Sachen von ganz normalen Strecken über Loopings, Sprünge und alles Mögliche. Ihr könnt auch noch Ranglistenspiele machen, also wirklich einzelne Spiele herausfordern, da habt ihr ebenfalls die Möglichkeit. Und das Herzstück, was ihr hier gerade seht, ist sicherlich der Online-Modus mit der Community bei Mania Planet. Tja, wie aus den Trackmania Spielen bekannt, ist das Ziel nicht der Kampf gegen andere Fahrer, sondern quasi der Kampf gegen die Uhr. Genau, also das Spielprinzip ist ziemlich einfach. Ihr habt zwar im Online-Modus insgesamt acht Modi, von Turnieren über einzelne Rennen, aber das, was so spaßig ist an dem Spiel, ist eigentlich wirklich hauptsächlich diese Bestzeit-Rekordjagd, wo man immer wieder versucht, eigentlich das Beste von der Strecke zu holen irgendwie. Und man sich immer wieder denkt, okay, wenn das andere irgendwie schaffen, dann will ich das jetzt auch nochmal toppen. Und ja, gib mein Bestes, damit ich einfach in der Weltrangliste dann so weit wie möglich oben stehen. Ja, mit Mania Planet und auch schon den Vorgängern, Trackmania Nations und United, stand schon immer die Community im Fokus der ganzen Spiele. Auch wenn man jetzt nicht direkt gegen andere Fahrer antritt, so ist man doch quasi mit der Uhr im Wettstreit. Genau, also im ganzen Spiel sind über 60 Nationen vertreten. Die Spielserie an sich hat über 10 Millionen Gamer, also da ist einiges los. Im Mania Planet habt ihr auch die Möglichkeit, beispielsweise auch eigene Tracks zu editieren und hochzuladen, wie man hier auch gerade sehen kann. Da habt ihr wirklich die verschiedensten Möglichkeiten. Ihr könnt Tracks von anderen Spielern bewerten, selbst euch ziehen, verändern nochmals und dann wieder hochladen und zocken. Also da sollte auf keinen Fall so schnell Langeweile aufkommen eigentlich. Also die Tracks schauen zwar eigentlich alle ziemlich gleich aus, von der Grafik her ziemlich eintönig, aber durch die Vielfalt und durch die Streckenabschnitte ist halt immer wieder was Neues geboten. Und das ist auch meiner Meinung nach eine der größten Stärken dieses Spiels, weil die 65 von Nadeo vorgegebenen Strecken hat man irgendwann, kann man die im Schlaf fahren. Aber die unzähligen Community erstellten Strecken fordern einen immer wieder neu heraus. Genau, das ist also, man sagt auch so schön, dass der Singleplayer eigentlich das Training für den Multiplayer-Modus ist. Das ist wirklich so, dass der Multiplayer ist eigentlich wirklich das Herzstück des Spiels und ja, einfach die ganzen Server, also ihr habt auch die Möglichkeit pro Rennen können insgesamt bis zu 255 Teilnehmer teilnehmen und das ist dann schon echt der Norm. Also da gibt es auch wirklich die krassesten Sachen und Strecken, also da wirklich, wie gesagt, so schnell kommt da keine Langeweile auf. Also Trackmania Stadium jetzt auf Steam für 9,99 Euro, schaut es euch einfach mal an.